Ja, das hat natürlich eine hohe Symbolik, wenn so ein Auto gegen diese Barriere des Kanzleramts fährt. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten heute nochmal über weitere Corona-Maßnahmen diskutiert. Allerdings muss man sagen, so schnell kann dieses Auto nicht gewesen sein. Es ist eigentlich überhaupt nicht beschädigt. Es sind nur ein paar Kratzer vorne an der Motorhaube und auch das Tor steht. Da gibt es überhaupt keine Schäden. Das heißt, wahrscheinlich wird es dem Fahrer auch gerade um diese Symbolik gegangen sein. Das Auto ist beschmiert, stehen Sätze drauf, irgendwas Globalisierungskritisches. Und die Polizei wird sich das jetzt ganz genau anschauen. Man hat denjenigen festgenommen, wurde auch noch kurz behandelt. Und man wird jetzt schauen, ist das etwas, was man sehr ernst nehmen muss? Muss sich eventuell der Verfassungsschutz noch einschalten? Oder ist da vielleicht einfach jemand mit dem Auto dort vorgefahren, der vielleicht auch nur psychische Probleme hat? Und dann ist es sicherlich eher kein Fall für den Verfassungsschutz. Aber es ist nicht sonderlich viel passiert. Die Symbolik ist aber natürlich da. Das heißt, es bestand auch keine Gefahr fürs Kanzleramt? In dem Ausmaß, wie man das jetzt sehen kann, was dort passiert ist an diesem Auto, hat er offensichtlich gar nicht wirklich die Absicht, dieses Tor zu durchbrechen. Wenn man das denn überhaupt schaffen kann mit einem Auto, die sind natürlich so gebaut, dass genau das eigentlich nicht möglich ist. Und insofern scheint er selber dort das gar nicht versucht zu haben. Vielen Dank, Martin Schmidt nach Berlin. Vielen Dank, Martin Schmidt. Vielen Dank, Martin Schmidt. Vielen Dank, Martin Schmidt. Vielen Dank, Martin Schmidt.